Willkommen bei Jochen TV Kochshow. Heute machen wir was sehr geiles. Wie geht's dir, Sam? Ein neuer Mitglied. Sehr gut. Dankeschön. Ich freue mich schon aufs Essen. Ich danke dir auch. Nur aufs Essen. Nö, natürlich aufs Kochen. Spaß. Und lustig sein. Sam, wie geht's dir? Gut. Top, freut mich. Schönes Wetter, gutes. Ja, ja. Heute machen wir Lachs. Den habe ich selber geändert, Qualitätsgründe. Wir machen grüner Spargel gebraten. Wenn grüner Spargel ist, wächst, ist ja gut. So wie ich, wenn ich alt bin, witsche ich auch. Da wurde ich Legende. Ähm, Ende ist Holziges, ja. Wie viel? Abschneiden. Und seht ihr, wenn Saft rausläuft, ist perfekt. Das Holzige könnt ihr jemanden geben, wo ich kurz gemacht habe. Ähm, Spargel tun wir quasi, hoppala, jetzt waren die Dings. Wir tun Spargel so dünnschen, so bissle. Wir nehmen quasi das, wir tun das kurz anbraten. Und die da, das ist herzhaftes. Das tun wir nur anbraten, oben drüber. Wird nichts wegschmissen. Das schneiden wir bisschen klein. Und ein paar, die tun wir jetzt dann anbraten. Schnell langsam anbraten. Mit guter Fleisch, bisschen Salz. Pfeffer nicht. Pfeffer verbrennt dann. Das will ich nicht. Das muss den Kochblässtern. Und der, äh, geangelte, wird richtig schön angebraten. Richtig. Boah. Da krieg ich Gaumensex. Ganz leicht Pfeffer und kann, und kann so Fischgewurz kaufen und Bibibiber, Babubu, die drei S. Salzen, säuren und säubern. So, es ist schon mein Fischhändler. Seht ihr? Wunderbar angraben. So, wir lassen das. Das geht manchmal schnell. Und nämlich können euch Spaß machen. Beispiel, das zieht jetzt nach in der Pfanne, die Hitze. Jetzt nehm ich eine andere Pfanne. Es ist gerade alles teuer. Strom, Gas oder Holz macht ihr. Feuer ist auch teuer. Richtig kurz heiß und dann anbraten. Mit, äh, äh, Dings. Ja. Spargel und dann oben Kräuterzeit bringen. Spaghetti, Vollkornspaghetti. Ihr könnt auch andere Nudeln nehmen. Ihr müsst nicht Vollkorn nehmen. Aber man hat das Gesündes, ne. Das ist wichtig, oder Sam? Ja, finde ich auch. Der wird schneller gerichtet, ja. Aber nicht, äh, langweiliger gerichtet. Ja. So. Jetzt tue ich anbraten. Und so muss eine Pfanne. Man hat nicht halbe Pfanne rein. Das ist halt einfach, ja. Und die lasse ich einfach so bissl anbraten. Äh, Spaghetti. Und bisschen, äh, äh, Salz. Und dann mische ich dann, wenn ihr Spaghetti. So. Und auseinander. So pettet die nicht zusammen. Was auf Packung steht. Und dann, ich tue noch eine Minute vorher raus. Weil einfach, äh, ich seht nur nach, wenn jemand keine Zähne mehr hat, oder was weiß ich, könnt ihr einfach ein bisschen länger. Das gibt's Sotte und Sotte. Auch Geschmackssache, ne. Das ist jeder, ihr eigenes. Schön, ein Anpfade. Und so, herrlich. Ganz. Riechst du schon den Fisch? Ich riech's aber richtig intensiv. Ja. Wie wenn du unter nicht, drei Tag nicht, äffst. Ja, ich war schon. In den Fisch. Da sind die und das Schwamm, die, äh, ich, äh, von Scycling, seht ihr. Die macht das sauber. Die, was da der Geschmack für mich. Der Wahnsinn. Von dem Pütze. Foto? Sehr gut. Foto? Genau. Da ist jetzt alles Geschmack drin. Das tun wir ablöschen. Nicht wegschmeißen. Das tun wir mit rein. Seht ihr, die Pfanne ist schon 70% sauber. Ein bisschen Katzenwäsche machen. Und herrlich. Fertig, zack, bumm. Seht ihr, so. Stressfrei. So muss sein. Die Shitake-Pütze hab ich angebratet. Den Lachs später noch ein bisschen kurz an. Und, äh, die Vollkornnudeln braucht noch etwas noch. Ja. Ich hebe auch wieder Nudelwasser auf. Und Spaghetti nie ins Sieb rein. Die Beppe zusammen. Ich tue quasi drauf und hier mit rein. Spargel dann ein bisschen abschmecken. Ich tue ein bisschen Zitronensaft nur noch. Weil einfach das Frische ist klasse, finde ich. Und, ähm, Zitrone passt, äh, meine Auge bei Spargel. Bisschen Pfeffer. Hab ich Pfeffer schon rein? Weißt du das? Oh, jetzt habe ich gerade aufgepasst. Du musst schon ein bisschen aufpassen. Ups. Hoppala. Ha, 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 ha. Hat er nicht? Okay, hat er nichts. Okay. Ich bin manchmal so vergesslich. Wisst ihr warum? Weißt du es selber auch? Nö, keine Ahnung. Halt schon wieder vergessen. Okay, das habe ich vergessen, genau. Okay? Genau. Jetzt seht ihr, so wird das Wasser rein. Und seht ihr, da braucht man jetzt bisschen Flüssigkeit und dann nehm ich bisschen Nudelwasser. Nicht immer mit Sahne oder sonst irgendwas. Man hat bisschen was gesünd ist. So, jetzt kurz an der Seite. Das hat alles auf den Rahmen. Mit Senkt. Wunderbar. Und dann sind wir praktisch schon fast fertig. Richtig schön angerichtet. Der ist bisschen auseinander passiert. Aber er ist trotzdem saftig. Das wird grün. Und seht ihr, wie saftig ist. Ich könnte mich gleich direkt reinlegen. Ja, zum Aquarium, oder? Ja. 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 Ja, also mein eifer Vorschlag, Jochen Tefakoscho, mich abonnieren und abschalten. Applaus